Der 1270 Special aus dem Jahr 1938, Dettler oben sitzt da am Steuer und dann ein ganz besonderes, ein sehr interessantes Auto aus dem Jahre 1936, dieser raufbespringende Sechszylinder. 4,5 Liter rüber, toller Sound. 4,5 Liter rüber, toller Sound. 4,5 Liter rüber, toller Sound. 5,5 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 Liter rüber, toller Sound. Das ist ein schönes Spiel, das ist ein schönes Spiel, das ist ein schönes Spiel. Das ist eine Führung. ...28, aber eine Interpretation aus den 50er Jahren hier. Stab bei Unimitäranschweinern, die es auch noch gibt. ...in dem WC-21 gebaut worden ist, da ist es in dieser Version 135 PS. Ferrari 250 GT Berlinetta, Schottelbase, Oswald Weiss unterwegs mit dem Auto aus dem Jahr 1931. ...eine Fahrzeuge, viele Ferraris in der GT-Katubre hier auch unterwegs. Startnummer 49, da kommen wir zu 50. Startnummer 50. Mercedes 230 SL, in diesem Fall das Auto von Hermann Reitzhammer aus dem Jahr 1965 im serienlässigen Trim. Aber von 50 Jahren wurde dieser Sportwagen vorgestellt. Es geht Schlag auf Schlag, wir springen wieder in die 70er Jahre hinein. ...1956 gebaut, das Auto von Horst Keil. Direkteinsplitzer, 6 Zylinder, 3 Liter Hubraum, 250 PS. Das ist viel wichtiger, aber eine Art... ...und so... 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 ... prisonniere Musik GG! 66, und wer von ihm vielleicht das Vergnügen hatte, beim Goodwill-for-Weifel-Meeting dabei zu sein in England, der hat einen Asistenplatz in der EU, der hat sich nicht heilig. Das ist jetzt Leid von diesem Italiener. Das ist eh, den kennen Sie vielleicht als Heckflosse, erfolgreiches Tourenwagenmodell aus den 60er Jahren, dieser aus dem Jahre 1963, ebenfalls ein Einstützmotor, bereits 2,2 Liter, 125 PS. Und dann kommt er zu einem Stürzmotor. Manfred Thüring ganz ungeduldig in diesem Auto. Aus dem Jahr 1964, 1,3 Liter, der ist sicherlich der berühmteste der Piloten mit diesem Glas hier am Galstic. Und Sie werden sagen, was will der denn hier? Ja, ja, Kokomobil 400 aus dem Jahr 1980. So ist ein Auto, der erfolgreich war. Auch da braucht man die Dode ist noch ein Start, sondern auf der Strecke und man darf dann 1,5 mm verschenken mit diesem Fahrzeug, mit diesem Bumbo. Michael Haselbeck hat Michael Haselbeck zur Verfügung. Jacqueline Tolkath wartet jetzt mal mit 7 PS mehr auf, da sind wir bei 27. Und dann kommen wir zur Bumgativation. Und dann kommen wir zur Bumgativation. Vielen Dank.